Hier habe ich mal wieder einen Schmankerl für euch, meine lieben Zuschauer, und zwar Kassenärzte-Chef beklagt Gewalt in Praxen. Zitat In deutschen Praxen kommt es zunehmend zu Drohungen oder sogar Handgreiflichkeiten durch Patienten. Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert deshalb, eine geplante Strafrechtsverschärfung auf Arztpraxen auszuweiden. Zitat Ende Der Artikel stammt von heute, vom 13.08.2024, 4.21 wurde er online gestellt. Weiter, Zitat Die niedergelassenen Ärzte beklagen immer mehr Gewalt in ihren Praxen. Aggressives Verhalten, verbale Bedrohungen bis hin zu Tätigkeiten sind ein wachsendes Problem in den Arztpraxen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zitat Nicht nur in Notaufnahmen, auch bei den Niedergelassenen eskaliert die Lage immer öfter, Zitat Ende. Weiter, Zitat in Google.com Offene Aggression und ein extrem forderndes Verhalten hätten deutlich zugenommen. Es geht um verbale, es geht um physische Gewalt. Ich hatte selbst schon einen Patienten, der eine Tür kaputt getreten hat, sagte Gassen, der in Düsseldorf in einer Gemeinschaftspraxis praktiziert. Die Regel sei ein solches Verhalten nicht. Die Probleme gingen auf eine kleine, aber leider größer werdende Klientel zurück, sagte Gassen. Am härtesten treffe es die Arzthelferinnen. Dass sich Patienten nicht benehmen können und eine schräge Einschätzung der eigenen Behandlungsdringlichkeit haben, ist ein nationenübergreifendes Phänomen, was sich allerdings auch häuft. Da ist einer krank, sagt Gassen und sechs Leute kommen als Bekleidung mit in die Praxis oder die Notaufnahme und machen Radau. Das ist bemerkenswert und extrem unangenehm. Gassen forderte in derartigen Fällen deutliche und schnelle Strafen. Sonst komme die Botschaft bei einigen Menschen nicht an. Justizminister, das ist der Buschmann, FDP, will mit einer leichten Verschärfung des Strafrechts unter anderem Rettungskräfte besser vor Anfeindungen und Gewalt schützen. Die noch nicht beschlossene Anpassung müsse auf Arztpraxen ausgeweitet werden, forderte der Kassenärzte-Chef. Es sei überfällig, das Strafgesetz an der Stelle zu verschärfen. Auch Praxen müssen sich nicht alles bieten lassen. Die Politik habe das Problem noch nicht ausreichend auf dem Schirm, beklagte der Kassenärzte-Chef. Aber es ist genauso unerträglich, wenn Feuerwehrleute mit Flaschen beworfen werden, wie wenn Krankenhaus- oder Praxismitarbeiter bedroht oder körperlich angegangen werden, weil irgendein Vollidiot meint, sein Schnupfen müsste jetzt sofort behandelt werden und er sei nicht freundlich genug behandelt worden. Ja, mein lieben Zuschauer, jetzt kann sich ja mal jeder selber seine Gedanken dazu machen, was hier so alles schiefläuft. Ich hatte ja gestern den Beitrag eingestellt mit dieser Messerstecherei nach einem Unfall auf der A7. Ja, und heute dieser Beitrag. Also, und dieser Beitrag, den ich euch gerade eingestellt habe, den hat sogar auch die tagesschau.de eingestellt, hier online. Also, meine lieben Zuschauer, keine Verschwörungstheorie, das ist tatsächlich wahr. Wie kommt das nun? Hat man die Menschen mit der Bratwurst verzaubert oder ich sage mal in Anführungsstrichen angelockt? Sind einige vielleicht so geschädigt, dass sie sagen, ich habe keinen Respekt mehr vor dir, du Arzt, der mich zum Essen eingeladen hatte damals? Oder ist es so, dass sich einige Menschen vielleicht auch aus anderen Kulturkreisen hier nicht benehmen brauchen? Dass er Schule macht? Ich meine, ich weiß nicht, mein lieben Zuschauer. Ich kann es nicht unterstellen, ich weiß es nicht. Aber es ist ja so, dass jeder schon mal, ich weiß nicht, was am Wochenende vom Pferd gefallen ist oder dass er einen Bandscheibenvorfall hatte, jedenfalls, dass er in die Notaufnahme musste. Bist du da mit so vielen Menschen aufgeschlagen? Hast du da einen ganzen Clan mitgenommen, der dort Radau macht? Oder bist du dann nicht als Geschädigter, in dem Moment als Patient froh, dass dir geholfen wird? Nimmst vielleicht eine Begleitperson mit oder hast dich abholen lassen mit dem Krankentransport? Wo ist denn da deine Clique, die dort Radau schlägt, wenn du in die Notaufnahme eingeliefert wirst oder dich selbst einlieferst? Also mir ist es aus meiner Vergangenheit, und ich bin ja nun mal nicht mehr die Jüngste, nicht bekannt. Ich bin nicht so oft in Krankenhäusern, Notaufnahmen oder bei irgendeinem Arzt. Deswegen schreibt mal eure Erfahrungen in die Kommentare, die vielleicht häufiger dahin müssen oder auch von den Menschen, die eben damals die Bratwurst genommen haben und sie nicht zu bekommen ist. Wie ist die Stimmung? Was geht da ab? Was erlebt ihr? Ich habe es immer gerne direkt von Menschen aus dem Volk, von nahen Menschen, die ganz einfach diese eigenen Erfahrungen machen, um sich darüber im Kommentarbereich auszutauschen. Weil ich finde diese Entwicklung ja, sagte ich gestern schon, also besorgniserregend, das kann man ja nur noch sagen. Aber das Karussell scheint sich immer schneller zu drehen, das heißt die Abwärtsspirale auch immer schneller und immer tiefer in diesem Sumpf. Und man bettelt, und das finde ich ja bemerkenswert, in Anführungsstrichen bemerkenswert, wenn ich gar bescheuert, die Politik an, andere Gesetze zu erlassen, wie man gegen diese Leute vorgeht. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich eine Praxis habe oder ich arbeite im Krankenhaus, ich versetze mich jetzt da rein, egal. Ich bin ein Mensch, ich arbeite irgendwo oder habe ein eigenes Unternehmen. Ob das jetzt ein medizinisches ist oder ein anderes, spielt keine Rolle. Und Menschen kommen dorthin, die offenbar was von mir wissen wollen oder die meine Hilfe brauchen, wie auch immer, und fangen dort an zu randalieren oder irgendetwas. Also ganz ehrlich, da frage ich nicht nach einem Gesetz oder sonst irgendetwas. Dann hole ich mir Leute, die die Hochkante rauswerfen, wenn ich es allein nicht schaffen kann. Ja, wirklich. Weil anders geht das nicht. Du kannst ja nicht auf jemanden warten, der dir bei was hilft, was er dir erst eingebrockt hat. Das meine ich damit, ja. Also, dass es so weit kommen konnte, dass Menschen vielleicht auch so im Geiste verwirrt sind oder im Geiste abgestumpft oder sonst was, liegt ja an vielen Maßnahmen. Dann gibt es ja auch verschiedene Berichte darüber, dass es auch an der Bratwurst liegt. Diskutiere nicht mit Vollimmunisierten als Stichwort. Du kommst nicht durch, du kommst nicht weiter. Dann kommt ja noch dazu, nicht nur die Angst oder die Idiotie, sondern eben auch die Ausweglosigkeit einiger. Ja, die inzwischen eingesehen haben, oh Gottes Willen, ich habe mich stark geschädigt, indem ich die Bratwurst genommen habe. Und der hat mir jetzt zu helfen. Der hat mich geschädigt, sonst zerre ich den über den Tisch. Oder mein Kind oder meine Verwandten oder sonst wer. Meine Eltern sind an der Bratwurst gestorben, wie ich heute weiß. Und der Arzt hat sie geimpft und den zerre ich jetzt über den Tisch. Jetzt mache ich dort ein Riesenteater. Versteht ihr? Wir wissen nicht genau, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Und wir wollen auch nicht vorschnell urteilen und sagen, das sind jetzt nicht die Urdeutschen, die so ein Theater machen. Ich kenne es halt nur nicht, dass man mit einer Clique irgendwo hingeht und das sieht man halt auf den Straßen, dass andere Nationen eher in Cliquen unterwegs sind. Da kann man eventuell Schlüsse ziehen, aber ich möchte es auch nicht behaupten, weil ich einfach davon zu wenig weiß, weil ich Gott sei Dank da so selten hin muss. Deswegen seid ihr jetzt wieder gefragt, ja, wir sind ja hier eine Community, wir wollen uns austauschen. Was habt denn ihr für Erfahrungen gemacht? Gibt es jemanden von euch, der vielleicht öfters als Begleiter ins Krankenhaus muss oder eben auch als Patient in Arztpraxen, in Krankenhäusern? Oder hast du vielleicht leider eine chronische Krankheit, wo du öfters hin musst? Erlebt ihr so etwas? Wie ist das? Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit, eure Angie.